Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. 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 Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer schickt sie? Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Ich war nie auf einer Akademie, und doch habe ich allein, allein auf dem Weg gebracht. Ich bin nicht missgestellt, ganz Europa erobert. Verräter, von allem Anfang an bin ich nur vernahten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle dieser Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut. Bitte, gerne. Jetzt beruhig dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, öffnen Sie sich gewaltig. Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen.